hi du wärst gerne entspannter das kann ich gut verstehen du arbeitest in einem sozialen bereich da geht die post ab ich habe vor einiger zeit ein online kurs aufgenommen zu auto geben training ich persönlich glaube dass es ganz wichtig ist dass wir selber die technik dafür in uns etablieren dass wir üben uns selbst runterzufahren und zu entspannen und mit diesem kurs den kannst du online direkt nutzen wenn du hier klickst lernst du es schritt für schritt denn vielleicht weißt du das ja wiederholung macht den meister die meisterin und entspannter im alltag zu sein ist eine innere entscheidung und der kurs hilft dir dabei in deinem tempo überall wo du bist also ich freue mich auf dich